Bezüglich Afrika Cup. Also ich gehe jetzt eher mal davon aus, dass wir jemanden zum Asien Cup abstellen. Das ist sogar relativ sicher. Sollte jetzt der Fall eintreten, dass wir noch ein paar Spieler zum Afrika Cup abstellen müssen, dann wäre das erstmal ein Zeichen, dass es ganz gut läuft, dass es bei uns gut läuft und dass es bei den Spielern gut läuft. Große Anzeichen dafür gibt es aktuell noch nicht und sobald das der Fall sein wird, dann setzen wir uns mit dem Thema auseinander. Dann müssen wir halt noch drei, vier Spieler verpflichten. Das wissen Sie jetzt aber vor Marc Lettau. Ich weiß nicht, wie die Diskussion laufen wird.